hs mr 34 und seco mix r die dichtungsreihe für jede lage gerade bei rührwerken mit seiten und unten antrieben werden höchste anforderungen an die dichtungstechnik gestellt denn hier drückt das produkt wortwörtlich auf den dichtspalt speziell für diese anforderungen hat igel burgmann zwei baureihen von modular bauenden gleitring dichtungen entwickelt die hs mr 34 als flüssigkeitsgeschmierte dichtung und die seco mix r als trocken laufende rührwerksdichtung kommen mit jeder einbausituation spielend zurecht oben antrieb seiten oder auch unten antrieb die hs mr 34 und seco mix r sind als druck beaufschlagte doppeldichtungen konzipiert das kennzeichnende konstruktionsmerkmal bei beiden baureihen ist der massive in das produkt hineinragende gegenring das macht den entscheidenden unterschied und bündelt gleich mehrere vorteile zunächst eine exzellente wärmeleitfähigkeit vor allem entsteht aber durch die rotation in verbindung mit den auftretenden fliehkräften eine strömung am gegenring die das produkt vom gegenring weg zieht und dadurch den dichtspalt frei hält so haben auch anhaftungen wie sie bei klebrigen medien und hohem feststoffgehalt schnell passieren können keine chance ein weiteres wichtiges detail ist die abdichtung des gegenrings zur welle ein mit definierter presskraft verbahrter ohrring schließt den bereich todraumfrei ab damit ist nicht nur hervorragende reinigbarkeit gewährleistet sondern die wellenhülse ist auch nicht produktberührend das ergibt wiederum in der materialauswahl weitere vorteile als standard gleitwerkstoff kommt bei der hs mr 34 eine hart hart baarung mit sick zum einsatz für höchste produktionssicherheit können die gleitringe mit der diamond face technologie ausgestattet werden das macht die dichtungen unschlagbar bei anspruchsvollen betriebsbedingungen wie zb bei mangelschmierung partiellem trockenlauf oder für den partikel freien betrieb die seko mix r ist optional ebenfalls mit der sick sick paarung und diamond face technologie verfügbar bereits in der standardausführung sind die hs mr 34 und die seko mix r aufgrund ihrer konstruktiven merkmale für den einsatz in hygienischen bereichen geeignet für medien mit besonders hohem anspruch an reinheit sind ausführungen für die eignung von zip und zip verfügbar die hs mr 34 und die seko mix r von igel burgmann sind wahre alleskönner auch mit aggressiven klebenden oder zähflüssigen medien oder mit medien mit einem hohen feststoffgehalt kommen sie spielend zurecht und sind für den einsatz in rührern mischern knetern trocknern und weiteren sondermaschinen hervorragend geeignet überzeugen sie sich selbst von den herausragenden eigenschaften der hs mr 34 und der seko mix r sprechen sie uns an rely on excellence igel burgmann